Tee, Kaffee, Snacks Tee, Kaffee, Snacks Wie lange arbeitest du hier jetzt schon? Fast drei Jahre Ist lange, oder? Ziemlich lange Hast du wieder Ecstasy dabei? Habt ihr gefeiert gestern? Nein, nein Nein? Als du weggegangen bist, was war da der Grund? Wolltest du reisen, die Welt kennenlernen? Ist ja okay, dann mach das ruhig weiter Und in Zukunft? Was soll sein mit der Zukunft? Ich weiß ja nicht mal, ob ich morgen noch lebe Wir würden gerne wissen, ob es Champagner gibt oder Calpirinia Ich meine, dein Verhalten ist völlig inakzeptabel Nur wenn ich einen Typen treffe, dann heißt es nach zwei Stunden war schön und tschüss Bleib einfach so und halt mich fest Aber das sind dann doch keine Beziehungen Möchtest du nicht mal irgendwo bleiben? Bist du denn glücklich so? Bist du denn nimmstНе Ich Doug Na, also Na, also Ich finde dich Ich habe Möchtest du I Vielen Dank.